Yo Homies! Willkommen zurück zu Demisai vs. Goblin. Das ist jetzt übrigens schon die dritte Aufnahme, weil Windows 10 sich gedacht hat... Yo, ich installiere mal die Updates, weil den Rechner braucht ja keiner mehr. Also... Sehr wichtiger als... So, und zwar... Ja, ist okay. Der hat das nicht neu geschaut. Okay. Also im Jubel ist eh egal. Wir sind jetzt bei Basketball. Wir sind übrigens Part 23. Keine Ahnung. Und dann habe ich ihn mit dem... Doch, 23, ne? 23. 23. 23, ne? 23. 24. Wie geht Basketball? Echt ne? Du musst den Ball in den Korb schmeißen. Geil! Hast du auch einen Mittelländer? Nein. Nimm das in der Mitte. Geht nicht. Ah, jetzt bin ich abgeholt von links nehmen. Weil das bei dir genahnt ist. Du drück okay. Ach, ich muss okay drücken. Ich muss... Ich muss... Jedes Mal sagst du drück okay und dabei bist du am Ende. Okay. Wie, wer hat das mit einer Frau gesagt? Nee. Voll nett. Voll nett. Voll nett. Entschuldigen Sie folgende technischen Probleme? Technischen Probleme? Es war gerade Technikstörung kaputt. Wie geht denn der Spaß jetzt? Wie ist schnell. Irgendwie so hier, siehst du das hier? Mhm. Und immer... Also du machst zuerst, ja? Dann gehe ich raus. Jetzt kann ich nicht, was geht. Achso, warte mal. Jetzt will ich, wie es geht. Wir sind 0 gut. Ich kenne mich nicht aus. Jetzt schau uns an, Alter, ey. Schnell. Wenn du hoch springst, ey. Nimm doch den scheiß Ball, ey. Ich glaube, du hast dir viel zu viel Zeit genommen. Ey, viel zu wenig Zeit, weil du hast noch viel über. 20 Sekunden habe ich noch. Ja. Und noch 3 Bälle. Ich habe jetzt noch 10 Sekunden gehabt. Locker. Mach du es erst mal besser. Ich mache es zum ersten Mal. Ich auch. Hier, hat man ja gesehen, wenn du deine Pumse hast. Ich bin... Nimmst du auch einen Ball mit in der Hand, ne? Sehr gut. Ja. Ja. Na, du musst auch werfen, verdammte Scheiße. Und außerdem machen wir eine zweite Hand. Mach das noch mit? Ey, komm. Ich mache es doch nur mit einer Hand. Ja, weil das nur die Vorführung ist. Und so kann ich das auch. Das ist ja billig, ey. Das ist so billig, Leute, ey. Ja. Nachher das hier mit einer Hand und springt gar nicht mit hier, weißt du. Das ist ja hier... Das ist ja wie, als würde ich das hier lieblos hier... ...Tante Emmas Bäcker machen, äh, Pültschen machen hier. Das kann ja jeder hier, ne? Ach, was ist der? Ach, ich habe euch am Anfang 15 Sekunden verlangen wir in so einer scheiß Erklärung, wo die Zeit die ganze Zeit mitgelaufen ist. Und trotzdem bin ich gewonnen, Junge. Na, wenn man das hier so hier macht die ganze Zeit, dann kann ich das auch gewinnen, dann kann ich das auch gewinnen, so hier, warte, so hier, warte, ich schmeiß mal meine Bälle so hier, nächstes Spiel, also das ist ja echt wirklich gewesen, also echt, ich dachte, wir hatten ja am Anfang gesagt, wir machen das so, wie es richtig ist, ne, nächstes Spiel bitte, Pussy, das ist das selbe Spiel, echt? Ach ja, das ist nicht leicht mit dem Herrn Goblin, ne, immer nicht nach Regeln spielen, immer losen und dann sagen hier, ja, es war hier ungefähr, das bin ich. Kannst jetzt Tite bitte nehmen, Tom, ne, Lappen. Das ist ja immer muss ich auch... Immer wieder zur Seite hier, ich fühl mich eingeträgt von dir, also richtig, immer muss ich eingeträgt, ey. Probewerf, ey. Na, ich muss hier verarschen. What? Hahaha. Das ist ja easy peasy, lemon squeezy hier. Boom, Junge. Boom, Junge. Fuck, Alter. Boom, Junge. Alter, was, die Fische? Ich sag doch, geh lieber weg, ey. Die Fische ist scheiße, Alter. Weißt du, auch da, Ja, hab ich fast gewonnen. Aber fast gewonnen, weil ich nicht den Dreh raushatte hier. Jetzt ist hier, ja, Tischtennis-Spieler. Hier, bam, Junge, los mal bitte. Und boom, schmetter Ball in your face, Digger. Ich hab's jetzt später Ball gemacht. Na, wenn da so, wenn der, wenn der Ball so komisch ankommt hier, so, dann schmettert er automatisch hier. Boom, schade. Komm, ich spiel weiter. Ich hab matcht, weil, ne? Zehn auch gehabt. Arschloch, Alter, ey. Wie, hab ich gerettet? Boah. Ich hab gerettet! Und Schuss. Boah. Oh ja, das gibt mir die Hose oben. Ja, mach mir die Windlandsharks kaputt hier. Ja, halt. Trottel. So sehen Sieg aus. Schadadadadada. Komm, nächstes Spiel. Könntest du bitte deinen Part 8 moderieren? Ich bin am... Warum? Es waren zwei Teile. Hä? Am Arsch? Ich werde doch keine sechs Minuten hoch oder drei Minuten. Ja, wir haben erst zehn Minuten. Und das war mit der Diggens da. Mit dem Typen dort. Wir machen jetzt nochmal. Oder wir spielen auch noch unter Tennis, weil Golf wird, glaub ich, zu lange, wenn wir neun Spiele machen. Machen wir echt neun Spiele? Oder willst du drei Loch machen? Ne, sechs. Gibt kein sechs. So, dann drei. Neun dauert zu lange. Dann machen wir jetzt doch Golf drei Loch bei mir, oder? Ja, komm. Wie würdest du das aufteilen, Junge? Was aufteilen? Achso. Dann ist das letzte Video nur dieses Flugzeug und das spielen wir nicht. Na, also machen wir ja noch eine Runde Teststelle, oder was? Wir machen jetzt Golf noch. Komm mal, aber mein ist einfach Golf. Mein ich doch. Wenn wir Luftsport lassen, lass mir ja weg. Ne. Doch. Lass mal nie weg, dann... Das quetscht mir schon irgendwo mit Nei. 18 Loch, ne? Mhm. Ja? Klassik? Willst du Klassik machen, weil dort kackst du ja nicht ab, ne? Was du mal kackst? Ich bin allgemein schrägst du in den Golf. Ja, also mach mal jetzt. Boah, das sieht aus wie mein Rücken geknackt hier. Ne. Oh ja, ey, ich brauch kein Training, ich hab das schon gehabt. Ja, ich hab die doch so herrsch gemacht, ja. Ich bleib hier stehen. Ich bleib hier stehen. Lass mich nicht an. Wenn du eine Gezwiebel kriegst, ist das nicht mein Bier, ne? Perfekt. Ey, Leute, der war doch perfekt hier. Ah, fuck up, ne dumme Grünen. F**k you. Wer? Oui. Wir sehen, Wild Goblin von Ghost. was was versucht er die ganze zeit was macht er da wer ist jetzt in den grüßen oder finden natürlich noch 116 weil ich voll truff geschmeldet habe hier wir schon mann auf dem grün noch 9,6 metern dankeschön ich kann auch selbst lesen ok war schon nicht schlecht hätte aber besser sein können weil er ist noch nicht ganz auf dem grünen setz dich mal hin alter mann ich nehme jetzt den fucking putterjunge und baller das demnach hier ich bin damit gespannt dann willst du da immer noch willst du da immer noch willst du da knapp der war schon 2,9 meter weit verheckt im loch alles klar skiller alter ey also ich erkläre dir das ja ungern aber du musst ins loch kommen nicht übers loch nicht nebens loch sondern ins loch was habe ich gerade eben gesagt du könntest dich mit löchern sowieso nicht aus der war schlecht der war leider schlecht sauber eingelacht wie immer alles im leben ansicht sauber eingelacht ansichtssache ich hätte dir das gedacht wenn du zu doll gemacht hättest ok alter ich wäre ausgerastet ich wäre so ausgerastet plus minus null wieso muss ich immer zuerst weil du hinten liegst ne der da vorne liegt ist immer zuerst dann du Horst ne ne du hast letztes mal beim boge schießen was doch erster weil du gewonnen hast aber wenn ich näher am loch bin will ich auch nicht als erster dran bitch hä was glaubst du fürn scheiß das ist immer der dann der weitest vom loch weg ist komischerweise bist du genau so weit weg wie ich he ne anscheinend nicht ich starte jetzt einen meter weiter vorne der war muss ich zugeben der war gut fertig sein ich habe meine krümmung einberechnet ich habe den wind einberechnet alles alles einberechnet ja alles richter rechner habe ich schon gesagt ja eigentlich könnte ich nach asien machen aber auch nicht schlecht aber du musst Wind noch glaube ich eingerechnet hier ist mit eingerechnet du hast die chance auf einen birdie da zuerst auch knapp dankeschön die ich bin – 1 jetzt collagen machen. Sonst war's das für mich, ja. Okay, das ist ein tiefes Loch. Ja, tief. Komm, mach hin, ey. Meine Schnauze, das ist wichtig. Ich werde in Afrika verhungern. Die werden auch verhungern, wenn ich hier meinen Schuss mache. Besonders, weil du willst. Meine Schnauze, ey, das ist so lächerlich gewesen. Hast du es jetzt bald? Nein, Mann. Hast du Druck, oder was? Ja! Ich meine, habe ich Leuereien gemacht. Das ist nur Gleichstand. Kein Grund zu feiern. Letztes Loch, oder? Das wird nichts. Das wird nichts. Nein! Ach, töne mich. Ich glaube, ich probiere das jetzt gar nicht. Oder? Komm, Gleichberechtigung, oder? Gleichberechtigung für alle. Könnte rausgehen. Meinst du? Ey, am besten da versuchst du das gar nicht, ey. Ich habe das in der We-Version so oft probiert. Das war so ne Scheiße, ey. So ein Dreck ist das, ne? Ja, da ist ein fucking Baum im Weg, Alter, ey. Ich flipp aus, ey. So, weil der ein Lungengrün ist, heißt das nicht, dass es dort zu Ende ist mit der fucking Bahn, ey. Fuck you, motherfucker. Alter, was ist das für ein Glück, Junge? Skill einberechnet alles. Was? Boom. Aus. Und somit bin ich wieder back im Race, boys. Da ist ein Fenster, kannst du rausspringen. Ja. Überlebst aber eh, ist ja. Ich bringe richtig viel Wert geschont. Ich hab da einfach meine Kekse hier aufgefressen, ey. Nicht schlecht, Herr Speich. Nicht gut. Sehr gut. Ne, ich wollte Golf nicht mehr rein. Ich schon. Scheiße. Was ist denn das für ein Wind, ey? Guck, wie du geschlagen hast. Nicht nur der Wind. Ja, ich bin drei. Ja. Ne, ich hab ja eh verloren, ey. Einfach nur, weil es ein Drei-Lach-Spiel ist, deswegen hat man keine Chance mehr irgendwas aufzuholen, ey, wenn man das verkackt hat, ey. Ja, jetzt geht's nach da, na klar. Farschen, spiel ich weiter, spiel, ey. Ja, und ich lande im Bunker, na klar. Bunker wäre noch schön gewesen, ne? Ach, ich bin auch noch dabei. Hallo, ich bin der Ufo und ich bin auch dabei. Jede Ente. Nichts. Ist ok. Was denkst du so, wenn es der 13. Schlag? Alter, ich bin da rein gegangen, ne? Ich habe das ganze Haus zusammen geschrien. Rechnest du jetzt das Traum ein? Ja, muss ich ja. Ja, das ist knapp vorbei. Knapp vorbei ist auch dein Ding. Aufgeben. Auch nochmal plus 10. Dankeschön, nixspiel. Hatte ich auch. Willst du lieber plus 16 haben, oder was? Ich hatte plus 16, Junge. Nee, du kriegst plus 10 dafür. Ach so. Naja, trotzdem, scheiß. Ich habe jetzt zum Beispiel plus 4. Tja, das ist halt homo mit diesen drei Dingen. Ich hätte dich noch locker aufgeholt hier. Locker. Locker. Golf. Golf geht ja wohl mit mich? Das wäre genauso, wenn wir einen Satz Dingens machen. Also mal ganz billig. Endlich geholt. Locker. So. Damit mit dieser billigen, runde Golf. Naja, mit drei Dach, also man kann's werfen. Drei Runden Golf. Das war's von mir. Ciao. Alles klar. Sagt nicht tschüss. Basta. Ja, das war's. Und jetzt. Das war's, sehr.